Gabriel ist nicht der Einzige, der freiwillig Kataklysmus abbekommen hat. Im Paris-Special versuchte Ketnor Clornor einzuschüchtern, indem er seinen Kataklysmus einsetzte und seine Hand dem Gesicht von Clornor näherte. Da Clornor jedoch böser ist als er, zieht er seine Hand vor sich und kataklysiert sich selber, um Ketnor zu zeigen, dass er keine Angst davor hat. Adria aus dem Paralleluniversum ist also die zweite Person, die aus freien Stücken kataklysiert wurde. Aber am Ende der Folge wird das jedoch wieder in Ordnung gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020